Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 19. Oktober 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir beginnen heute erneut am Frontabschnitt Kurachowa im Donetsbecken. Südlich des Dorfes Georgievka konnte die russische 150. Division ein Stück an der N15-Straße vordücken. Russischen Infanteriegruppen gelang dort ein Vorstoß um bis zu einem Kilometer entlang der Straße in westlicher Richtung. Dabei sicherte die russische Seite diese zwei Waldstriche, die zwischen der N15-Straße und der Siedlung Georgievka liegen. Der Frontverlauf wurde deshalb zugunsten der russischen Seite angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der Grauen in die Rote Zone. Die russischen Stratkräfte haben damit begonnen, die südliche Flanke von Maximilianiewka zu sichern, um die Front in Richtung der Stadt Kurachowa zu bewegen. Im Dorf Maximilianiewka wurde eine leichte Nachkorrektur vorgenommen. Die Rote Zone wurde um eine Straße in westlicher Richtung erweitert. Ein ukrainischer Militärblogger schreibt, dass die russische Infanterie aktuell den westlichen Teil von Maximilianiewka sichert. Ein russischer Militärblogger wiederum spricht von einem ukrainischen Gegenangriff auf den westlichen Teil des Dorfes. Dabei soll die 46. Brigade versucht haben, sich im westlichen Teil des Dorfes wieder festzusetzen. Der russische Militärblogger schreibt, dass der ukrainische Angriff abgewehrt wurde. Genauere Informationen dazu gibt es nicht. Südwestlich der Siedlung Ostrivske wurde die Graue Zone in südlicher Richtung vergrößert. Laut Angaben einiger ukrainischer Militärblogger versucht, das russische Militär aktuell den östlichsten Teil von Kurachowa einzunehmen. In den kommenden Tagen sind an diesem Abschnitt Korrekturen am Frontverlauf realistisch. Ein paar Kilometer nördlicher konnten die russischen Stratkräfte wohl die Siedlung Soryane erreichen. Eine Drohnenaufnahme der ukrainischen Präsidentenbrigade zeigt den Beschuss russischer Einheiten in dieser kleinen Siedlung, die am Wovtscher-Fluss liegt. Einige Quellen schreiben, dass das ein ehemaliges eigenständiges Dorf ist. Andere Quellen wiederum sprechen hier vom östlichsten Teil der betroffenen Siedlung Soryane. Zu welchem Teil dieser Bereich gehört, ist nicht klar. Auf jeden Fall konnte die russische Seite erstmals in die Häuser dort eindringen. Die russische Präsenz an diesem Straßenabschnitt ist der direkte Hinweis dafür, dass die russischen Stratkräfte fast vollständig zum Wovtscher-Fluss aufrücken konnten. Die Graue Zone wurde folglich bis zu diesem Straßenabschnitt erweitert. Ein russisches Festsetzen in diesem Abschnitt wird geprüft. Außerdem wurde etwas nördlicher die Graue Zone bis zur Grenze der Siedlung Jalanendruche vergrößert. Südöstlich von Jalanendruche gelangt dem russischen Militär ein Vorstoß um bis zu drei Kilometer in westlicher Richtung. Dort fallen zahlreiche ausgebaute Stellungen und Waldstriche im offenen Gelände an das russische Militär. Insgesamt hat die russische Seite hier mehrere Quadratkilometer eingenommen. Der Frontverlauf wurde hier angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dabei dieser Bereich von der Grauen und Ukrainischen in die Rote Zone. Die genaue Lage an diesem Abschnitt bleibt ein wenig unübersichtlich und bedarf weiterer Überprüfung. Ich denke, in den nächsten Tagen wird es sichtlich sein, wo die russischen Streitkräfte inzwischen Fuß fassen konnten. In jedem Fall können wir davon ausgehen, dass die ukrainischen Streitkräfte sich demnächst vollständig hinter den Wovtscher-Fluss zurückziehen werden. Weiter geht's im Bereich der Stadt Zlidove. Ukrainische Militärblogger meldeten heute als Folge russischer Angriffe ein erstmaliges russisches Eindringen in die Stadt Zlidove. Folglich kam es zu schweren Kämpfen. Laut Angaben eines ukrainischen Soldaten befinden sich noch weitere Gruppen russischer Infanterie in der Stadt. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen, den betroffenen Teil der Stadt zu räumen. Welcher Teil damit gemeint ist, nennt der ukrainische Militärblogger nicht. Die Lage soll sich aber auf jeden Fall ein wenig verschlechtert haben. Zugegeben hat die ukrainische Seite heute lediglich ein russisches Festsetzen auf dem Gelände der Mine an der östlichen Grenze der Stadt. Die russische Infanterie konnte dort die ersten Gebäude des Objekts sichern. Betroffen sind dabei vor allem diese Gebäude. Am Frontverlauf wurde folglich vorerst ein russischer Vorstoß um bis zu 400 Meter in westlicher Richtung bestätigt. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der Grauen in die Rote Zone. Die Graue Zone wurde ein wenig vergrößert. Es bedarf aktuell weiterer Überprüfung, wo das russische Militär in die Stadt Zlidove eindringen konnte. Aber auch dazu gibt es dann in den nächsten Tagen weitere Details. Ein größerer Geländegewinn gelang dem russischen Militär in dieser Woche an der südlichen Flanke der Stadt Bachmut. Mit dem Errichten des Brückenkopfes westlich des Donbasskanals musste das ukrainische Militär dem Abschnitt mehr Aufmerksamkeit schenken, was der russischen Seite wiederum Vorstöße östlich des Kanals ermöglichte. Die russischen Streitkräfte konnten im Laufe der letzten Tage im Bereich der Siedlung Klischivka relativ großes Gelände gewinnen und sowohl im Dorf als auch außerhalb weiter zum Donbasskanal aufrücken. Nördlich des kleinen Teiches konnten russische Einheiten die dort liegenden Stellungen besetzen und auch einen Teil des großen Stellungssystems an der Höhe 220 einnehmen. In der Siedlung Klischivka selbst gelangt der russischen Seite die Einnahme des Zentrums. Südlich des inzwischen vollständig zerstörten Dorfes festigte sich die russische Infanterie an diesem Waldstrich. Und noch ein Stück südöstlicher gelangt dem russischen Dritten Armeekorps das vollständige Aufrücken zur Eisenbahnlinie, die die ukrainische Dritte Brigade vor etwa einem Jahr überqueren konnte. Einzelne russische Gruppen sind bereits bis an die Grenze des Dorfes an Driefka aufgerückt. Gegeben noch unbestätigte Informationen hat das ukrainische Militär die Siedlung inzwischen verloren. Eine volle russische Kontrolle über das Dorf bleibt zum heutigen Tag aber noch unbestätigt. Der russische Vorstoß betrug in westlicher Richtung bis zu 1,5 Kilometer und das auf eine Breite von etwa 4,5 Kilometern. Im Vergleich zum Vortag fällt damit dieser Bereich von der Grauen in die Rote Zone. Es ist ja davon auszugehen, dass das russische Militär innerhalb der nächsten Tage und Wochen weiter zum Donbass-Kanal aufrücken kann. Auf der Westseite des Kanals melden russische Militärblogger den Einsatz relativ großer und vorbereiteter ukrainischer Einheiten. Die ukrainischen Streitkräfte sollen Gegenangriffe unternehmen und versuchen, die russischen Truppen wieder zum Kanal zurückzudrängen. Es kommt hier zu schweren Kämpfen, wobei hauptsächlich die ukrainische Seite nun Gegenangriffe unternimmt. Den Ausgang der Kämpfe gilt es abzuwarten. In den nächsten Tagen wird es auch zu diesem Abschnitt weitere Details geben. Am Frontabschnitt am Ostgir-Fluss unternahmen ukrainische Einheiten einen Gegenangriff in der Siedlung Kruchlyakivka. Nach einem erstmaligen Festsetzen im Dorf durch das russische Militär musste die russische Infanterie die östlichste Straße wieder aufgeben. Spezialeinheiten des ukrainischen Geheimdienstes GUR konnten zusammen mit Teilen der 77. Luftmobilen Brigade einen erfolgreichen Gegenangriff durchführen. Das zeigt unter anderem eine Drohnen- bzw. Videoaufnahme des Geheimdienstes aus diesem Dorf. Nach mehreren Tagen Kämpfen konnten die ukrainischen Streitkräfte also die volle Kontrolle über das Dorf herstellen und diese Straße wieder zurückgewinnen. Der ukrainische Vorstoß betrug damit bis zu 500 Meter in östlicher Richtung. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der Roten und Grauen zurück in die Gelbe Zone. Kruchlyakivka steht also wieder unter vollständiger ukrainischer Kontrolle. An allen anderen Frontabschnitten bleibt die Lage im Wesentlichen unverändert. Das betrifft auch die Kursk-Front. In der letzten Nacht unternahmen die russischen Streitkräfte einen weiteren Luftangriff auf das ukrainische Territorium. Eingesetzt wurden 113 Angriffsdrohnen des Typs Schachit-136 sowie 6 luftgelenkte Raketen des Typs H-59. Die 6 Raketen hatten dabei die Hafenstadt Odessa ins Visier genommen. Die ukrainische Luftabwehr konnte 4 der 6 Raketen abfangen. Vermutlich hatten die übrigen 2 Raketen die Stadt getroffen. Bestätigungen dazu gibt es allerdings nicht. Die 113 Drohnen drangen aus nordöstlicher und südöstlicher Richtung in den ukrainischen Luftraum ein. Die ukrainische Luftabwehr konnte nur 42 Drohnen abschießen, wobei 46 weitere durch elektronische Kampfmittel unterdrückt abstürzten. Was mit den 25 verbliebenen Drohnen geschehen ist, bleibt unklar. Höchstwahrscheinlich haben die Drohnen aber die ukrainische Luftabwehr überwinden können. Als Folge des Angriffs kam es zu Explosionen in den drei Städten Tschernigow, Sumel und Uman. Laut ukrainischen Angaben wurden in allen Städten Objekte der ukrainischen Energieinfrastruktur angegriffen. So kam es in Sumel nach dem Angriff zu einem Stromausfall. Sieben Menschen wurden verletzt. In der Stadt Tschernigow kam es zu einem Feuer, woraufhin der Strom lokal abgeschaltet werden musste. Und in der Stadt Uman kam es ebenfalls zu Explosionen im Bereich kritischer Infrastruktur. Eine Person wurde als Folge des Luftangriffs getötet. Die ukrainischen Stratkräfte attackierten mithilfe von Drohnen eine Fabrik in der russischen Stadt Bryansk. Betroffen war dabei die Fabrik Kremny, die bereits vor einem Jahr vom russischen, vom ukrainischen Militär angegriffen wurde. Einwohner der Stadt meldeten heute Nacht Explosionen, nachdem mindestens eine ukrainische Drohne das Gelände treffen konnte. Größeren Schaden konnten die ukrainischen Drohnen dort allerdings nicht anrichten. Das zeigen, das berichtet zumindest die russische Seite. Auf dem Gelände der Fabrik wird unter anderem Mikroelektronik produziert, vor allem für das russische Verteidigungsministerium. Am gestrigen späten Abend kam es seit einigen Wochen wieder zu einem Gefangenentausch. Es handelte sich dabei um den 58. Gefangenentausch zwischen den beiden Ländern seit Beginn des Krieges. Unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emiraten wurden 95 zu 95 Soldaten an der ukrainisch-weißrussischen Grenze getauscht. Die ukrainische Seite berichtete von der Rückkehr von 34 Soldaten der Einheit Azorv, die die Stadt Mariupol verteidigten. Unter den 95 Mann waren außerdem 26 Offiziere. Die russische Seite machte keine genaueren Angaben und verkündete lediglich die Rückkehr von 95 Mann. Veröffentlichte Dokumente zeigen jedoch, dass die russische Seite hauptsächlich junge Wehrpflichtige zurückholte, die im August in der Kursko-Obleist vom ukrainischen Militär gefangen genommen wurden. Ich hoffe, Sie fanden diese kurze Zusammenfassung der Geschehnisse in der Ukraine informativ und hilfreich. Wenn ja, dann lassen Sie doch bitte kurz einen Daumen nach oben unter dem Video da. Abonnieren Sie gerne diesen Kanal, um keine weiteren Updates zu verpassen. Aktivieren Sie dazu gerne auch die Glocke. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und damit hören wir uns wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen schönen Abend. Bis dahin, einen schönen Abend.